Weihnachten ist das Menschlichste aller unserer Feste. Warum? Gott selber wird Mensch, damit wir menschlich bleiben. Franz von Sales hat einmal gesagt, Mensch freue dich, du bist mehr wert als die Engel. Gott wurde nicht ein Engel, sondern ein Mensch wie du. Wir brauchen keine perfekte Gesellschaft und auch keine perfekte Kirche. Wir werden es nie sein, weil wir Menschen sind, auch mit unseren Einseitigkeiten und auch mit unseren Grenzen. An uns allen aber liegt es, dass wir unseren Beitrag leisten, damit Gesellschaft und Kirche menschlich bleiben. Geben wir dazu unseren Beitrag. Ein jeder und ein jede von uns am eigenen Platz. Ich wünsche uns von Herzen ein gesegnetes, hoffnungsvolles Weihnachtsfest. Auch an diesem Weihnachtsfest 2022 geht es um das, was typisch christlich ist. Gott wird Mensch und der Mensch wird Mitmensch. Das braucht die Ukraine, das brauchen wir alle. Ein gesegnetes, hoffnungsvolles Weihnachtsfest Ihnen allen.